Willkommen liebe Zuschauer zu einem DRF-Interview. Die Praktika-Aktie hat vor kurzem das Altertief bei 90 Cent markiert. Wie es jetzt weitergeht, darüber sprechen wir mit Isabella de Krasny, die den in Masseltoff-Fonds verweistet, der wiederum mit knapp 10% an Praktika beteiligt ist. Schönen guten Tag Frau de Krasny, im November letzten Jahres haben Sie bei uns gemeint, Ihr Praktika-Investment muss sich in zwei Jahren verdoppeln. Jetzt hat die Aktie aber seither rund 25% verloren. Werden Sie langsam nervös? Also überhaupt nicht. Der Kurs der Praktika-Aktie kam mir nicht nervös, mache ich im Gegenteil. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Der lange Winter hat das erste Quartal zwar verhagelt, aber wir vertrauen trotzdem dem Management in dieser Situation, das Richtige zu machen. Und übrigens, das Bankhaus Berndberg hat sich ganz kürzlich zu Wort gemeldet und das Kursziel mit zwei Euro angegeben, das bestätigt uns. Frau de Krasny, jetzt gibt es ja einen Strategiewechsel bei Praktika. Man möchte sich vermehrt auf Max Bar konzentrieren, gleichzeitig auch den Konzernumbau zügig vorantreiben. Sind Sie damit zufrieden? Also wie Herr Burge in der Hauptversammlung bereits berichtet hat, hat die Rohertragsmarge bei den umgeflaggten Märkten um bis zu 5% zugelegt. Und damit wird gezeigt, dass eigentlich das Umflagen die richtige Strategie war. Gemeinsam mit den Kostensenkungen sollte dann eigentlich der Break-Even relativ schnell erreichbar sein. Wir sind eigentlich mit dieser Strategie sehr zufrieden. Ich glaube, 50 Standorte sind schon umgeflaggt worden. So wie er berichtet hat, gibt es derzeit eine Pause und wird im Herbst weiter umgeflaggt, damit man jetzt die Zeit, wo eben der größte Umsatz gemacht wird, keinen Umsatz durch das Schließen von Filialen erleiden muss. Jetzt haben wir trotzdem immer noch diese 20%-Aktionen bei Praktika, die 20%-Rabatt-auf-alles-Aktionen, die ja eigentlich überhaupt Praktika erst so ein bisschen in dieses Licht des Billigbaumarktes reingetrieben haben, die eigentlich auch gar nicht mehr für tragbar zu halten sind, wie Sie auch gesagt haben. Ist das wirklich noch die richtige Strategie, wenn generell die Margen im Baumarktgeschäft doch eh schon unter Druck stehen? Also Sie haben vollkommen recht. Ich bin auch der Meinung, dass die Rabattaktionen jetzt eh erst möglich ein Ende finden sollten. Aber ich bin jetzt nicht in die laufende Geschäftspolitik involviert. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Aktionen im direkten Zusammenhang mit dem langen Winter stehen und bevor man auf Ware sitzen bleibt, verkauft man sie eben günstig ab. Was macht Sie denn jetzt so sicher, dass der operative Turnaround 2014 wirklich kommt, um da nochmal drauf zu blicken? Schauen Sie, wir haben vollstes Vertrauen in ein erfahrenes Management und den Absichtshatzvorsitzenden, der ein erprobter Sanierer ist. Und genau weiß, an welchen Schrauben man drehen muss, um ein Unternehmen wieder auf die Beine zu bringen. Außerdem haben wir zwei weitere Profis aus dem Einzelhandel für den Absichtsrat gewinnen können und wurden auch von der Hauptversammlung gewählt, die jetzt ihre Expertise einbringen werden. Ganz zu schweigen von den 20.000 Mitarbeitern, auf die wir sehr zählen und ich glaube, die sehr motiviert sind, der Konkurrenz zu zeigen, was in ihnen und Praktiker bzw. Max Bar steckt. Wenn wir nochmal auf die Aktie blicken, haben Sie da vielleicht so eine Art persönliches Limit sich gesetzt? Wann Sie wieder hier aussteigen bei den Praktikeranteilen? Eine Verdoppelung wäre wahrscheinlich nur ein Etappenziel für Sie. Nein, also wir haben jetzt kein Ziel, überhaupt nicht. Wir vertrauen in dem Management, das gute Arbeit leistet und Sie haben recht, ich sehe da noch viel mehr Potenzial als die zwei Euro, die jetzt Bernberg als Kursziel angegeben hat. Besten Dank für die Einschätzungen an Isabella de Krasny. Dankeschön. Sehr gerne, alles Gute, wiederhören.